Okay, Chat wieder schließen, denn ich werde noch einmal loslegen und versuchen die Klappe zu halten. Es geht erneut los in 3, 2, 1... Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, das war eigentlich nicht so gewollt. Ich dachte gerade, ich sterbe. Nein, oh Mann. So nah und doch so fest. Gleich an der ersten Rakete vorbeigesprungen. Ja. Echt schade, dass es nicht perfekt gelaufen ist. Ja, das ist nicht perfekt. Ja, das war ein sehr schlechtes Timing. Eigentlich spiele ich ja noch einmal kurz, bevor ich hier runterlaufe. Aber ich sollte eigentlich die Schnauze halten und mich weiterhin konzentrieren. Nein, ich gehe auf nochmal wieder. Ich schnauere meinen Ketten gerade nicht. Ich schnauere meinen Ketten. Ich schnauere meinen Ketten. Ich schnauere den Ketten. dann heißt es jetzt ab sofort auch wenn das sehr viel zeit kostet allerdings damit muss ich leben wenn ich den ersten sprung verkacke ist es vorbei ich bin Das war's für heute. 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 Ich hab's garant, dass irgendwas wieder passiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ich jetzt sterbe und ich potzi. Das war's für heute. 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 Ich hab's 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 für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auch dieses Level muss ich wieder üben Auf jeden Fall Improvisieren hilft da leider nicht viel Es gab eine Zeit wo ich da ständig 24 Sekunden oder so rausgehauen habe ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wollte runterfalten Nein, oczywiście No, 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 no Mach mich instantly after that humbled Untertitelung des ZDF, 2020 ach verdammt pow pow magic wollte ich ja auch noch einmal vielleicht aber auch nicht ja 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 Ja, es gibt mir Angst. Oh, da gibt es zwei von drei. Ja, komm, komm, bevor ich irgendwelche Dumas mache. Ja, komm, komm. Ja, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm. Ich mache eh nur Dummheit auf Kamera. Dann mache ich es lieber mit dem D-Bot. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, okay, paar Sekunden verloren. Warte. Warte, du. Ja. Auf. Ich hätte eigentlich mich reinbildern können. Egal. 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 Das ist jetzt wohl ein schlechter Scherz. Oh, cool. Das habe ich so auch noch nicht verpackt. Ich habe es nicht geschafft zu greifen. Ja, das tat wieder weh. Ich habe es nicht verpackt. Ich habe es nicht verpackt. Ich lerne aus meinen Fehlern nicht. Ja, okay. Das... Wartung. Nein. Ja, toll. Vielleicht zwei, drei Sachen, die falsch gelaufen sind. Ach ja, ist okay. Meine Fresse. Alle... Nichts was getroffen gab. Und ich bekomme nicht mal meinen Sprint. Also, ich darf nicht mal meinen Sprint behalten. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich hasse dieses Level. Wenn hier etwas schief läuft, dann läuft alles schief. Alles. 1,17 schon wieder. Oh nein, turn it on. Ah. Ah. Das Level macht mir immer Angst. Ja. Ja. Das Level. Jetzt geht es mir langsam. Da geht's mir langsam. Das war's für heute. 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 Okay, ich habe ganz klar nach unten gedrückt. Das war's für heute. Gut, natürlich. Gut, natürlich. Das war's für heute. 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 Ich wird's für heute. Ich wird's für heute. Ich wird's für heute. Das war's 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 für heute. Ach, jetzt bin ich nach oben gebounced. Na gut, aber trotzdem. 56, 52. Unter einer Stunde. Ziel für heute erreicht. Morgen ist vielleicht auch schon der Weltrekord dran, aber das sehen wir morgen erst. Jetzt kann ich auch ganz in Ruhe den Chat öffnen. Ja, ein Haufen GG ist von 7-Buy. Ansonsten glaube ich, ist auch keiner da. Gut. Auch wenn ich der Meinung bin, es hätte deutlich besser laufen können, natürlich. Bin ich zufrieden mit meiner Leistung?